hallo und herzlich willkommen ich muss mal ich tue mal gerade die steuerung ändern jedes mal wenn ich auf meine aufnahmetaste drücke erscheint da so ein dingens da steuerung anpassen wo ist meine aufnahmetaste wo ist meine aufnahmetaste akut da so nein letzte waffe mache ich ein 10 so dann habe ich nichts mehr auf meine aufnahmetaste dann kann ich die sorry ich vollidiot habe auf meine aufnahmetaste gerückt um zu gucken ob es funktioniert ach das wird scheiße das wird eine schöne schneiderei so wildschwein das ist kein wildschwein das ist ein normales hausschwein ich nehme doch die muni davon wir können halt leider nicht mehr nehmen wegen diesem munitions beutel wir brauchen dringend ein munitions beutel weil wir hatten ja jetzt eben schon bei dem kampf äh schon probleme wir haben hier ein totes schwein und ein und sorry hund wo haben wir denn wildschweine alter sind sie überhaupt noch im jagdgebiet wieso naja fast voll drin ist halt mehr da drüben wo die ganzen autos halt stehen wir hier rennen überall diese verkackten hunde rum blöde hunde ich mag hunde sehr ich habe selber einen hund aber keine tollwühling hunde die mag ich nicht hier ist ein wagen der rakiert ist das unser das ist unser glaube ich die unser steht da drüben wo haben wir denn jetzt wildschweine verdammte scheiße muss es doch irgendwo geben in deutschland findest du zuhauf vögel ah hier liegt einer von uns gleich mal klauen wo ist denn dieser scheiß schweine ihr braucht doch nur zwei wildschweine ist das eine ziege nein das ist keine ziege das ist ernsthaft die haben uns jetzt nicht entdeckt oder doch eine ziege tierhäuten da müsste stehen ziegehäuten oder sowas das wäre jawohl ein ziegenfell wunderbar nein ganz ich will ich will dingens hier munitions nein waffengurt war das gell ziegenfell genau herstellen super jetzt können wir zwei waffen tragen jetzt brauchen wir ach ja die ziege ziegen gibt es ruck island ruck island seit menschen gedenken sie werden wegen ihres fleisches ihrer wolle und anderen dingen gehalten für die insulana ist ziegendiebstahl ein ernstes verbrechen und ein ziegendieb wird ausgestoßen andere vergehen andere andere vergehen an einer ziege werden jedoch gebildet was also irgendwie entweder bin ich zu blöd zum lesen oder ist ja freidach ist ja und so ich hab nämlich heute frei von der arbeit das ist nämlich schön dann kann ich schön aufnehmen hätte ich heute aber sowieso gemacht ziehen ich brauche aber ein wildschwein wildschweine sind gefährlich ja ich weiß das finde ich auch sogar ja ich weiß wildschwein 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 come on biatch biatch oh da haben wir noch was königsspielkarte 20 dollar auto der rakiert wenn du wildschwein siehst dann sag bescheid ne schreib mir dann mal in die kommentare wenn du eins gesehen hast dann gehe ich da noch mal hin und zu suchen hausschweine oh da unten haben wir auch noch hunde die reißen gerade das schwein finde ich cool dass hier so ein bisschen die natur richtig wieder gespielt wird von den tiere dass die sich gegenseitig auch jagen finde ich echt gut ich sehe da hinten etwas ah ne das sind hirsche da scheint jemand zu sein warum rennen die weg ah ein hund hallo ne ich schieße nicht ich habe überlegt aber ne so wir haben da haben wir da haben wir da können wir da haben wir da ne oh das ist doch zum kotzen kann nicht so schwer sein hier so ein paar scheiß schweine aufzutreiben das ist ein normales hausschwein weißt du was ich fahre in das alte jagdgebiet zurück wo vorher immer gejagt haben das war ein bisschen weiter südlich hier haben wir noch einen brief vom verlorenen wo haben wir da gejagt da haben wir gejagt da sind auch komodowarane glaube ich sind das was fahren wir einfach querfeldein ah ich glaube wir fahren nicht mehr querfeldein wozu gibt es wege eigentlich müssten mich die rakiat gar nicht erkennen wenn ich hier mit dem auto fahre weil das ist ja ein auto von denen steigen wohl drüben aus so hier waren ja hier haben wir ja wildschweine gefunden coole hintergrundmusik ich hoffe wir finden die wo sind die wo sind die wo sind die da waren bewohner der insel waren hier nicht gerade ziegen ach für den pfeil köcher ich brauche eine ziege brauche ich noch sorry so ziegenfell für den pfeil köcher für die pfeiler ich will ja das gibt es nicht wie haben die sick und schon schon wieder gefunden naja du wurst so so gehe ich denn gehockt so leiche loten oh man ich denke das gebiete hier ist sicher da vorne scheint irgend ein tier zu sein jawohl munition aufgenommen leiche loten schnell fahren die straße das ist ein komodo waran aber ich brauche ein wildschwein da oben ist eine höhle das gucke ich mir mal an komm wir da hin ja geil ah ein tag light haben wir auch hä was sind die von hier draußen ich hab Angst dass hier ein bär oder sowas ist also es gibt hier sehr viel zu entdecken ich gehe mal wieder raus ich würde gerne noch weiter reingehen aber ich will jetzt erstmal das wildschwein ich habe Angst dass hier drinnen ein bär ist weil wenn der hier drin ist dann kriegen wir nicht so schnell das hat aber ein bisschen gedauert mit dem licht es wird abend da treiben sich ja auch eigentlich noch mehr wildschwein rum ich fahre nochmal zurück und hoffe und bete dass wir endlich dann mal ein wildschwein bekommen meine frisse es kann doch nicht so schwer sein oh oh fahr 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 tschüss bia tschüss folgen die uns nein baum schlau hab geparkt toll wir sollen wieder hoch ach hier ist auch noch ne Höhle geil so da können wir hoch also die umwelt hier von far cry 3 die feier ich freue mich schon noch viel auf das far cry 4 das werde ich zu 120 prozent auch spielen ob ich es als play werde let's play werde weiß ich nicht wildschwein ich habe eins gehört wo ist es wo ist dieses verkackte schwein ich habe es gehört das gibt es nicht wo ist hugendudel 447 was wäre ähm hallo wenn man mal ganz still ist dann hört man so vögel und sowas also sehr sehr geil gemacht bis jetzt ich feiere das richtig so da kommen die hunde uns entgegen gerannt ich höre ein auto scheiße oh man danke da drüben ist unser Jagdgebiet da steht auch einer von der Rakyat es ist einfach unglaublich man da sind schon wieder welche what the hell da ziehen drei schweine ihre wege da ziehen drei schweine ihre wege so ist jeder mal mit einer granate versuchen ich glaube ich aber ich habe glaube ich gar keine mehr nein ich habe keine granate mehr hier 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 Dreckstück. WAH! Wir werden hier keine Ruhe haben, bis wir den Außenposten da unten haben. Ich mache jetzt mal den Außenposten. Aber in der nächsten Folge machen wir den Außenposten. Ist jetzt 15 Minuten, aber hey, ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Und wir, ich hoffe, wir finden dann mal irgendwann mal hier Wildschweine, Alter. Sonst haben wir bald ein echtes Problem. So, ich renne schnurstracks geradeauf zu. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Folge 5, glaube ich. Oder, ja, Folge 5. Bei Far Cry, ich wollte schon 4 sagen, 3. Das 4er kommt noch. Oh, geil, Hängebrücke.